Die Inflation in den USA, die ist höher reingekommen als sogar befürchtet und jetzt erwarten die Märkte eine wahre Zinsbasuka, eine Zinsbombe. Die Erwartungen, dass die Fed jetzt noch im Juli, 26. oder 27. Juli ist ja die Fed-Sitzung, dann die Zinsen mindestens um 0,75% anhebt, vielleicht sogar um 1%, so wie es gestern die Bank of Canada gemacht hat. Und die Märkte zunächst mal abgeschmiert, aber haben sich dann wieder erholt und diese verrückte Melange, diese verrückte Mischung an den Märkten will ich auch in diesem Video mal kurz zeigen. Aber schauen wir uns zunächst mal eben jetzt die gespielte Wahrscheinlichkeit dessen an, was die Fed jetzt dann Ende des Monats machen wird. Rechts sehen wir hier die sogenannten Fed Fund Tools oder praktisch die Märkte, die eben die Zinswahrscheinlichkeiten bepreisen. Und hier liegt jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed sogar einen 100 Basispunkte Schritt, also einen 1% Schritt machen wird, jetzt Ende Juli bei 80%. Man geht also mit 80%iger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass hier ein solcher großer Schritt erfolgen wird. Entdeckt sich das mit den Aussagen der Fed-Mitglieder selber, die haben sich gestern nach den Inflationsdaten geäußert, etwa Bostik, der in die gestrige Euphorie, nachdem sich die Märkte zwischenzeitlich wieder erholt hatten, warum will ich gleich zeigen, jedenfalls da gesagt hat, auf die Frage, naja 100 Basispunkte, 1% sagte Bostik, everything is in play, alles ist möglich. Natürlich dagegen Daily gestern, die San Francisco Fed-Chefin, ja 0,75% sei angemessen und Mester, die gesagt hat, also es macht wohl keinen Sinn, eine kleinere Zinsanhebung als im Juni zu machen. Juni, die letzte Zinsanhebung, wir erinnern uns, der Fed war ja auch 0,75%. Jetzt inzwischen, und das war der Grund, warum die Märkte sich erholt hatten, nach dem ersten Schock über die Inflationsdaten, ist, dass man jetzt davon ausgeht, dass die Fed schon im ersten Quartal 2023, also um und bei schon in einem halben Jahr, die Zinsen wieder senken muss, nachdem sie sie vorher wahrscheinlich deutlich angehoben hat. Hier wird für das erste Quartal schon eine Zinssenkung von 85 Basispunkten, also von 0,85% erwartet. Also nach diesen schnellen Zinsanhebungen 2022 kommen dann schnelle Zinssenkungen 2023 und 2020. Und Sven Henrik bringt diese Schizophrenie der Märkte so ein bisschen auf den Punkt. Heute haben die Märkte abverkauft, sagt er zunächst, wegen den zu hohen Inflationsdaten, weil eben die Fed dann aggressiver die Zinsen anheben wird. Wenn aber die Fed die Zinsen aggressiv anheben wird, dann bekommen wir schneller eine Rezession. Also hat man sich gesagt, super, dann bekommen wir eine Rezession, dann kann die Fed die Zinsen nicht so schnell anheben, ist doch toll, dann kaufen wir Aktien. Dann hat man allerdings festgestellt, dass eben diese Rate Cuts nicht wirklich helfen, denn die Rezession wird sozusagen dann alles auffressen, was an Gewinnen bei den Unternehmen noch vorhanden ist. Das ist so ein bisschen die verquere Logik. Also schauen wir in die Vergangenheit, dann sehen wir, dass Aktienmärkte gerade in Rezessionen in der Regel sehr schlecht laufen, eben weil die Gewinne der Unternehmen nicht mehr passen, damit sich die Bewertungsfrage stellt. Aber hier sehen wir nochmal diese Rate Cut Expectation. Time to start pricing in quantitative easing. Man fragt hier ein sarkastisches Zero Hedge. Aber hier sehen wir das Paradoxe. Auf der einen Seite steigen die Rate Hike Expectations 2022 massiv an. Auf der anderen Seite steigen auch die Erwartungen massiv an, dass eben Zinssenkungen dann in 2023 kommen werden. Das ist der obere Chart. Der untere Chart vergleicht mal diese Rate Hike Expectations für dieses Jahr mit dem Nasdaq. Und da ist ein kleines Gap, könnte gefährlich werden für die Tech-Werte. Aber wie lange wird diese Inflation so hoch bleiben? Das ist ja die große Frage. In Europa wahrscheinlich sehr, sehr lange. Warum, will ich gleich nochmal thematisieren. Aber in den USA haben wir vielleicht ein anderes Spiel. Die gestrigen Inflationsdaten waren auch deshalb so hoch, weil Daten aus der Vergangenheit einbezogen wurden. Nämlich aus dem Immobiliensektor, Homeowners Equivalent Rent und Rent, also Miete, machen 31% aus. Das sind Daten, die inzwischen 6 bis 9 Monate alt sind, die jetzt in die Statistiken einfließen, damit die Grafik so ein bisschen oder damit die Daten nach oben verzerren. Wir hatten jetzt bei den Juli-Daten zur Inflation nochmal Energie sehr, sehr stark. Aber wir sehen, dass das abeppt derzeit. Dazu kommt, dass der Money Supply, also praktisch die Geldmengenausweitung normalerweise der Inflation neun Monate vorausläuft. Und wir sehen, wir hatten hier diese massive Expansion. Und dürften dann bald Effekte auch dieses Tightening-Prozesses sehen. Also dieser etwas weniger laxen Financial Conditions, Kreditvergabe etc. Die ganzen Dinge mit den Zinsen, die Lebenshaltungskosten, Nachfrage sinkt. All das dürfte sich bald ziemlich deutlich auswirken. Dementsprechend auch diese schrumpfende Geldmenge, die wir derzeit sehen. Die FED wird ja erst im September so richtig anfangen, die Bilanzsumme zu reduzieren. Nämlich mit 95 bis dahin mit der Hälfte, 47,5. Also wir sind am Anfang einer Periode, die dann diese Inflation in den USA zumindest deutlich nach unten drücken wird. Heute, 14.30, bekommen wir jetzt die US-Erzeugerpreise. Die werden erwartet bei 10,7%. Letzten Monat war 10,8%. Wenn wir das mal mit der Eurozone vergleichen, da sind wir weit über 30%. Das ist einer der Gründe, warum in Europa die Inflation auch länger höher sein wird. Das ist Pipeline-Inflation. Das ist Inflation, die noch kommt. Wenn Sie sich mal überlegen, so ein durchschnittliches Unternehmen hat so eine Gewinnmarge zwischen 2 und vielleicht 5, 6%. Vielleicht 4% im Durchschnitt ist die Gewinnmarge. Wenn Sie jetzt schon Anstiege Ihrer eigenen Kosten haben als Unternehmen von über 10%, dann bekommen Sie ein Problem. Das geht in die Margen. Von den europäischen Unternehmen wollen wir da gar nicht erst sprechen mit über 30% Erzeugerpreisanstiegen. Vor allem wegen der Energie. Also das wird alles ganz schwer. Und dann in eine solche Situation die Zinsen massiv anzuheben, wo wir jetzt global gesehen einen massiven Anstieg der Verschuldung hatten. Jetzt vor allem durch Corona und jetzt eben diese Inflation, die nicht zu kontrollieren scheint, nachdem man sie zu lange geleugnet hat. Jetzt will man voll dagegen arbeiten, wo wahrscheinlich der Hochpunkt in den USA bereits erreicht ist, weil die Energiepreise wahrscheinlich nicht nochmal so stark steigen, die Benzinkosten etc. wie bis Mitte Juni in den USA. Unbekannte bleibt immer diese Immobilienkomponente bei der Berechnung der Inflation. Was da noch auf uns zukommt, ist dann gewisserweise auch ein Glücksspiel. Aber heute beginnt die US-Berichtssaison, wo wir jetzt mal sehen werden, wie die Ausblicke vor allem sind. Wichtig wären natürlich auch die Zahlen aus dem zweiten Quartal, aber vor allem die Ausblicke. Dafür werden sich die Märkte interessieren. Wir sehen hier mal die Konsenserwartungen für 2022 mit Energie und ohne Energie. Wir sehen, Energie rettet diese ganze Geschichte für 2022. Unten sehen wir 2023, da ist das Ganze ähnlich. Und wenn wir uns jetzt mal hier die Downward oder Upward Revisions anschauen bei der USA-Berichtssaison, dann sehen wir hier Energie, 35% die Erwartungen nach oben genommen, aber Consumer Discretionary, minus 19%, fast alle Sektoren negativ, bis auf Energy Materials und Industrials. Und Real Estate sind zuletzt ein bisschen nach oben revidiert worden, beziehungsweise stark nach unten revidiert worden, wie vor allem Finanzwerte, Staples, Healthcare und Consumer Services. Hier rechts sehen Sie mal eine Aufstellung, wie es mit den verschiedenen Bereichen aussieht. Vor allem Hotels dürften einen massiven Anstieg sozusagen ihres Earnings Growths sehen, also ihres Gewinnwachstums. Und Banken da schon weniger gut, ganz unten Healthcare, Materials, Real Estate, Pharma, also eigentlich die defensiven Sektoren. Und wie gesagt, heute geht es los jetzt mit den Banken. Da wird um 13 Uhr JP Morgan kommen, dann wird um 13.30 Uhr Morgan Stanley kommen. Und unten sehen wir mal XLF, das ETF auf den Finanzsektor in den USA. Ja, kritische Situation könnte da so nach unten ausbrechen, wenn die Sache dumm läuft. Aber insgesamt wird das, was die Banken, vor allem JP Morgan, uns zu erzählen haben, in Sachen Kreditrückstellungen, in Sachen, wie schaut es denn aus, wie stark ist der Stress bei den Konsumenten. Die haben ja die ganzen Kreditkartendaten, die sind natürlich in Kontakt mit den Unternehmen, denen sie Kredite vergeben etc. Also das wird vor allem bei JP Morgan schon extrem wichtig. Die sind praktisch das Bellwether, sind praktisch das Fieberthermometer, könnte man sagen, dieser gesamten Wirtschaft. Und wir werden sehen, dass eben auch die Earnings Estimates, also die Erwartungen an die Gewinne der Unternehmen noch viel zu hoch sind. Die werden nach unten genommen, weil eben auch dann praktisch die Margen deutlich schrumpfen werden. Und wir sehen, dass hier zum Beispiel die Kerninflation, die schon anzeigt, dass da in Sachen Preissteigerung die Dinge nicht mehr so einfach sind. Im dritten Monat in Folge rückläufig war, hat keiner drauf geachtet. Die FED achtet aber sehr stark auf die Kerninflation. Also es ist ein wildes Gemisch. Wir haben sehr, sehr hohe Zahlen, viele Parameter, die auf eine fallende Inflation oder zumindest nicht mehr so hohe Inflation deuten. Lieferzeiten haben sich verkürzt und, und, und. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eine massive Dollarstärke, die an sich schon Stress im System verursacht. Wir sehen hier diesen massiven Anstieg. Bei Euro-Dollar hat man so das Gefühl, immer bei der Eins, bei der Parität, da drückt jemand schön den Kaufknopf. Das ist wohl auch so ein bisschen gemanagt jetzt der Kurs. Man will nicht, dass Euro-Dollar unter die Einser-Marke fällt. Mal sehen, ob das so weitergeht. Aber natürlich die Schwäche des Euro ist hier ein ganz wichtiger Faktor für diese Dollarstärke. Und wenn wir uns die Aktienmärkte mal anschauen, wir haben jetzt die 33. Woche hintereinander, dass mehr Aktien ein 52-Wochen-Tief erreichen als ein 52-Wochen-Hoch. Das ist die längste Strecke seit der Finanzkrise. Also da sehen wir, das ist schon breit, was da an Abverkäufen passiert trifft. Sehr, sehr viele Aktien. Die ehemaligen Highflyer, die IPOs wie Paladin und wie sie alle heißen, die hat es besonders erwischt. Und besonders erwischt ist auch der Kryptosektor. Jetzt hat der Celsius auch Insolvenz angemeldet. Eine Kryptobank könnte man sagen, Three Arrows Capital, ein Hedgefund im Kryptobereich hat die Segel gestreckt. Dort das Büro verlassen komplett. Also das ist schon ein ziemlich heftiger Tod, der da gestorben wird nach diesem wahnsinnigen Boom. Auch die Kryptobranche wird jetzt sehr viel vorsichtiger mit irgendwelchen Werbebudgets, die man auf irgendwelche Seiten packt. Das ist auch praktisch vorbei, weil der Hype vorbei ist. Jetzt kommen wir mal zu uns und zur Situation, die uns besonders betrifft. Das ist die Gaskrise. Die EU-Kommission, die wird jetzt der Tag in und wird sich beraten. Man bereitet einschneidende Maßnahmen vor, wie der Spiegel schreibt, um einen Mangel im Winter zu verhindern. Die Preise werden wohl sehr, 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 sehr stark steigen. Jetzt hat Griechenland in Gestalt eines griechischen Ministers uns Deutschen schon angeboten. Na, kommt doch zu uns, wenn ihr in diesem Winter nicht defrieren wollt. Die Inflation und die Aussicht auf einen kalten Winter vermiesen vielen Deutschen die Laune. Griechenland bietet sich nun als Lösung an. Wir werden hier auf sie warten. Bei uns ist es nicht so kalt. Da müsst ihr nicht defrieren. Im Nachhinein kann man sagen, ist doch gut, dass wir die Griechen nicht aus dem Euro geschmissen haben. Ja, das macht sich jetzt bezahlt. Jetzt, wenn es bei uns kalt wird im Winter, zack, dann hauen wir ab nach Griechenland. Und sagen, Putin, Servus, wir kommen im Frühjahr wieder, wenn du kein Gas schickst, ist uns das wurscht. Geht natürlich nicht, meine Damen und Herren, weil wir ein paar Unternehmen haben, die auf dieses Gas angewiesen sind und dann die deutsche Wirtschaft kollabieren würde. Jetzt hat Herr Müller von der Netzagentur gesagt, die Preise werden sich wohl verdreifachen, wie es aussieht. Hier sagt er, bei denen, die jetzt schon ihre Heizkostenabrechnung bekommen haben, verdoppeln sich die Abschläge bereits und da sind die Folgen des Ukraine-Kriegs noch gar nicht berücksichtigt. Ab 2023 müssen sich Gasconnen auf eine Verdreifachung der Abschläge einstellen. Und eben, wenn man 1.500 Euro im Jahr gezahlt hat, könnten es jetzt 4.500 werden. Und er sagt, an den Börsen haben sich die Preise zum Teil versiebenfacht. Das kommt alles nicht sofort und in vollem Umfang bei den Verbrauchern an, aber irgendwann muss es eben bezahlt werden. Also das wird auch noch lustig. Jetzt hat die EU ihre Wachstumserwartungen nach unten geschraubt und ihre Inflationserwartungen wieder nach oben geschraubt. Eine Überraschung sondergleichen. Ja, wir hätten denken können, dass die Inflation ein bisschen aus dem Ruder läuft bei einer solch starken EZB. Die wird ja jetzt sogar die Zinsen um 0,25% anheben. Wenn es richtig hart kommt, meine Damen und Herren, dann können wir uns auf Wallagat verlassen. Das habe ich immer gesagt und immer gewusst. Allerdings gibt es andere, die da ein bisschen skeptischer sind. Hier sehen wir, dass jetzt etwa Modi sagt, ja, wenn jetzt die Gaslieferungen nicht mehr passieren, dann hätte das durchaus Einfluss auf die Kreditwürdigkeit nicht nur Italiens, sondern auch Deutschlands. Das würde significantly weakened Growth in Fiscal Metrics, also die wachstums- und fiskalischen Aspekte, deutlich negativ beeinflussen. Also das ist schon ein riesen, riesen, riesen Thema, das dazu führt, dass wir in Sachen Inflation viel länger wahrscheinlich am Start sein werden als die Amerikaners. Und die Chinesen sind auch unter Druck jetzt aufgrund eben der Zinserwartungen der Inflation in den USA. Man will jetzt so eine Art Capital Flow Control machen, also eine Art Kapitalverkehrskontrolle, weil man sich Sorgen macht, dass Gelder mehr und mehr aus China rausfließen aufgrund der höheren Zinsen in den USA. Also auch die Chinesen sind unter Druck durch diese Zinspolitik der FED, die man hier erwartet. Das sorgt für Druck auf der ganzen Welt bei den verschuldeten, in Dollar verschuldeten Emerging Markets sowieso. Mit der Aufwertung des Dollars werden die Schulden aufgewertet, könnte man sagen. Also die Stresssymptome sind überall der Fall. Die FED läuft Gefahr, hier praktisch ein Schuldensystem zu crashen, das dann zu einem Totalabsturz führen würde. Wird sie das tun? Im Zweifel glaube ich nicht, aber die Frage wird sich irgendwann stellen. Und nochmal zurück zu China, Shanghai. Nächster Lockdown voraus, wieder Top-Insider-Informationen. Denn außerdem reicht der Mitte, da tut sich wieder einiges. Nächster Lockdown voraus, Anzeichen mehren sich. Und zweite Empfehlung, US-Inflation außer Kontrolle. Nächster Zinsschritt 1%. Hier mein Kollege André Stagge, der so ein bisschen Revue passieren lässt, was das alles bedeutet. Jetzt zunächst mal für die Märkte, für die Zinspolitik etc. Also zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Und die Empfehlung, teilen Sie dieses Video, teilen Sie die Artikel von Finanzmarktwelt. Jetzt sag ich Servus und Ciao 14.30 Uhr, wichtig und 13 Uhr JP Morgan, wichtig. Das wird heute die Highlights, Servus.